Wir haben vor 10 Jahren ein gemeinsames Kinder-Familienes vorgebracht und wir führen uns schon seit 10 Jahren im Auftrag der Bürgerstiftung mit Konzept Ideen und Blutführung. Und dann haben wir dann fest dieses Jahr 10 Jahre Bürgerstiftung, da haben wir es doch perfekt mit dem großen 25 Jahren dieses Jubiläum aufgeransetzen und das Ergebnis kann sich für die Zukunft ziehen. Das ist wichtig. Beschreiben wir jetzt mal die ersten Stunden, wie sind wir jetzt der Leute über Kaffee oder was? Also ich bin total begeistert. Erstmal, dass es von den regionalen Kindergäften schon mal fünf, vier, fünf pro Gramm beteiligt. Das spricht schon mal viel, das ist schon total gut. Wir haben gestern echt viel gearbeitet, heute noch viel gearbeitet. Man war ein bisschen nervös, aber man war sich eigentlich schon sicher und jetzt bin ich auch begeistert. Das ist ja wirklich schön. Alles klar, danke. Wir müssen eben zu bleiben. Wir müssen eben zu bleiben. Da können wir uns einmal in die Richtung. Da kann es schweben bleiben. Da kann man bleiben. Warte. Ich muss wieder, komm her. Das ist doch spät. Scheiße. So, am besten mal jetzt von mir. So. Ich bin auch schön. Sag ihm erst die Frage. Da ist ja, da ist auch einer. Dann nimm mal. Bleiben wir bitte überstehen. Ich gebe jetzt mal ja. Es ist nicht ganz so einfach, dass dann einfach alles klar wird. Das ist schon gut. Okay, meine Frage an Sie mir dann. Können Sie mal beschreiben, was hier so heute für Highlights sind? Was hier heute die Highlights sind, sind ja hier erstmal eine ganz Paskottchen-Tiere hier drauf. Das ist schon sehr, sehr, sehr ausgearbeitet. Das ist schon alles ein Highlight. Wo wir schon gerade bei Highlights sind. Junius gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Was haben Sie da denn für besondere Highlights? Wir haben für Junius erstmal ein perfektes Album heute, was wir vorstellen. Das ist unser Highlight, unser persönliches. Womit wir uns auch dann bei den ganzen kleinen und großen Gästen dann bedanken wollen, die die ganzen Jahre hinter uns gestanden haben. Alles klar. So. Das hätten wir dann kurz. Hallo, oder? Super. Ich meine, besser kann es gar nicht gehen. Ach Gott. Absolut. Du musst es nur einmal sagen, nicht zweimal. Ja. Ja. Danke. Gut. Alles klar. Alles klar. Sehr schön. Und dann werde ich... Und... Jetzt haben wir den Fingerstellen. Ja.